Sehr gute Kombination des SV Metten und Alomerovic kann den Ball parieren, beste Tag des Torwärts in Hälfte 2. Wir sehen nochmal diese Aktion, Direktabnahme, Scherping. Die Partie hatte zweifelsohne ein paar Längen, aber in den letzten Minuten ist es doch wieder interessanter geworden. Der SV Metten wird gleich nochmal frische Kräfte bringen. Da stehen zwei neue Leute an der Seitenlinie bereit und die werden gleich eingreifen in Person von... Ja, da wird es nochmal gefährlich, aber auch richtig gefährlich. Alomerovic war aber da, also hat er wohl hier den Einschlag verhindern können. Aber die Mettener probieren es nochmal in den letzten 5 Minuten. Da ist Alomerovic und da kann er den Ball zur Ecke lenken. Und noch einmal... Tak, aber... Vielen Dank.